Hallo und herzlich Willkommen. In diesem Video schauen wir uns ein paar Standardprozesse in JTL-Wawi an und wie wir sie optimieren können. Dafür schauen wir uns zuerst die normale Herangehensweise an und vergleichen sie im zweiten Abschnitt mit den optimierten Prozessen. Zuerst holen wir Bestellungen von unserem Online-Shop ab. Dann setzen wir die Zahlungen für diese Bestellungen. Als nächstes liefern wir die Bestellungen im Versandprozess aus. Und zu guter Letzt veranschaulichen wir uns das Ganze einmal im Live-Betrieb. Bestellungen abholen Als erstes holen wir Bestellungen in die Wawi. Dafür machen wir einen manuellen Webshop-Abgleich. Nachdem alle Bestellungen aus dem Shop übernommen wurden, finden wir sie in der Verkaufsübersicht von JTL-Wawi. Zahlungen setzen Da in JTL-Wawi standardmäßig nur bezahlte Bestellungen ausgeliefert werden, kümmern wir uns jetzt um die Bezahlungen. Die Bestellungen aus unserem Shop werden per Überweisung bezahlt. Wir müssen jetzt also auf unser Geschäftskonto schauen und die eingehenden Zahlungen mit den offenen Bestellungen abgleichen. Wenn wir eine Zahlung zuordnen können, lassen wir eine Rechnung erstellen und setzen die Zahlung. Da es sich um Shop-Bestellungen handelt, schicken wir keine Zahlungsbestätigungs-Mail aus der Wawi, sondern lassen sie vom Shop schicken. Wenn wir jetzt speichern, ist diese Bestellung bezahlt. Wir müssen natürlich nicht jede Bestellung einzeln auf bezahlt setzen. Wenn wir alle Zahlungseingänge auf unserem Geschäftskonto kontrolliert haben, können wir auch gebündelt mehrere Bestellungen in der Wawi auf bezahlt setzen und dabei Rechnungen erstellen lassen. Jetzt haben alle unsere Bestellungen den Status bezahlt. Versandprozess Jetzt, da alle Bestellungen bezahlt sind und genug Lagerbestand vorhanden ist, liefern wir aus. Wir markieren also alle Aufträge und stoßen den Versandprozess an. Um alles etwas besser zu veranschaulichen, lassen wir die erweiterten Optionen aktiv. Wir lassen uns beim Ausliefern einen Lieferschein ausdrucken, den wir später mit ins Paket für den Kunden legen möchten. Damit wir Versandetiketten mit Tracking-IDs von unserem Versanddienstleister erhalten, stellen wir die Versanddaten in einer Exportdatei zur Verfügung. JTL-Wawi erzeugt jetzt also eine Exportdatei, die von einem Tool unseres Versanddienstleisters ausgelesen wird. Mithilfe dieser Datei kann das Tool jetzt Versandetiketten erzeugen und Tracking-IDs den einzelnen Paketen zuweisen. Außerdem wird eine neue Datei vom Tool erzeugt. Mithilfe dieser Datei können wir die Tracking-IDs dann wieder den Bestellungen in JTL-Wawi zuweisen. Diese Datei muss also nach dem Verpacken der Pakete wieder von JTL-Wawi eingelesen werden. Für unsere Bestellungen wurden bis jetzt offene Lieferscheine angelegt. Es wurde also noch kein Versanddatum und kein Tracking-Link hinterlegt. Damit wir das nicht alles per Hand eintragen, spielen wir jetzt die Datei, die von unserem Versanddienstleister-Tool erzeugt wurde, ein. Wir kontrollieren die Zuordnung noch kurz in der Vorschau und wenn alles gut aussieht, schließen wir den Versandprozess dann endgültig ab. Zu jeder Bestellung gibt es jetzt einen versendeten Lieferschein und die Versandinformationen können an die angebundenen Marktplätze und natürlich den Kunden übermittelt werden. Aber wie läuft das Ganze im Live-Betrieb ab? Wenn wir den Versandprozess anstoßen, kommen die von uns gewünschten Dokumente wie Lieferschein und Rechnung aus dem Drucker. Unser Versanddienstleister-Tool hat uns die Versandetiketten bereitgestellt und wir sortieren die Etiketten zu den entsprechenden Lieferscheinen. Dann nehmen wir uns die Lieferscheine und picken damit die Ware. Zu guter Letzt verpacken wir alles, kontrollieren noch auf Vollständigkeit und das Paket ist bereit vom Versanddienstleister abgeholt zu werden. Schauen wir uns jetzt an, wie wir das Ganze etwas optimieren können. Bestellungen abholen Schon beim Abholen der Bestellungen können wir Hand anlegen. Mithilfe des JTL-Workers können alle angebundenen Marktplätze zeitnah vollautomatisch abgeglichen werden. Wir müssen also keinen manuellen Abgleich mehr mit dem Shop machen. Unsere Bestellungen kommen jetzt also in regelmäßigen Abständen automatisch in die Wawi. Zahlungen setzen Anstatt per Hand Kontoauszüge zu studieren, nutzen wir diesmal das voll in JTL-Wawi integrierte Zahlungsmodul. Wir können via Online Banking direkt unser Geschäftskonto anbinden. Einfach einen Abgleich anstoßen und dann, je nachdem, ob wir unser Bank- oder PayPal-Konto angebunden haben, entsprechend autorisieren. Es werden zunächst alle Zahlungseingänge abgeholt und wenn in unserer Wawi entsprechende offene Aufträge bzw. Rechnungen vorliegen, können diese Zahlungseingänge automatisch zugeordnet werden. Wir können uns übrigens auch von unserer Bank spezielle CSV-Dateien zusenden lassen und diese Datei auswerten, falls wir unser Konto nicht direkt anbinden möchten. Zurück im Verkaufsmodul sehen wir, dass die Aufträge den Status bezahlt haben und dass eine Rechnung erstellt wurde. Aber warum wurde die Rechnung erstellt? JTL-Workflows Die Rechnung haben wir von JTL-Wawi automatisch durch JTL-Workflows erzeugen lassen. Aber was sind Workflows genau? Wenn sich Aufgaben im Alltag wiederholen und sich ein immer gleiches Vorgehen erkennen lässt, so können diese Prozesse oftmals als Workflow in JTL-Wawi hinterlegt werden und dann automatisch oder manuell angestoßen werden. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Wir haben hier zum Beispiel festgelegt, dass sobald ein Auftrag bezahlt ist, sofort eine Rechnung erstellt wird. Bei Bestellungen aus Frankreich möchten wir den Auftrag erstmal zurückhalten, um den Versand anzupassen. So können wir hier typische Problemquellen, zum Beispiel das Fehlen einer Hausnummer im Adressfeld oder das Liefern an eine Packstation, direkt beim Erstellen eines Auftrags mit Workflows abfangen und sie stören uns dann nicht im täglichen Arbeitsablauf. Jetzt sind unsere Aufträge bezahlt und mithilfe der Workflows haben wir sichergestellt, dass der Versand optimal vorbereitet wurde. Versandprozess Der Versand läuft diesmal auch etwas anders ab. Anstatt die Aufträge auszuliefern, setzen wir sie diesmal auf eine Pickliste für unser Lager. Da wir die Pickliste gleich abarbeiten möchten, drucken wir sie direkt bei der Anlage mit aus. Diesmal werden wir nicht mit mehreren Lieferscheinen, sondern direkt mit einer Pickliste die Waren im Lager picken. Und das Verpacken selbst erledigen wir mit dem JTL-Packtisch Plus. Schauen wir uns das wieder im Live-Betrieb an. Als erstes drucken wir die Pickliste. Mit der Pickliste gehen wir ins Lager und picken die Waren, die wir ausliefern möchten. Der JTL-Packtisch Plus unterstützt uns beim Versand. Es werden immer genau die Dokumente und Versandetiketten gedruckt, die zum Auftrag gehören, den wir gerade verpacken, sodass wir nichts sortieren müssen. Aber wenn wir gar keine Versanddaten exportieren, wie funktioniert das dann mit den Versandetiketten? JTL-Shipping Nachdem wir die Bestellungen mit dem Packtisch Plus ausgeliefert haben, sind die dazugehörigen Lieferscheine entsprechend im Status versendet. Jedes Paket hat auch seine Tracking-ID erhalten. Aber wie eigentlich? Hier kommt JTL-Shipping ins Spiel. Jeder Versandart in der WAVI kann ein Versanddienstleister zugewiesen werden. JTL-Shipping übermittelt die Versanddaten dann nicht an ein Drittanbietertool, sondern via Webschnittstelle direkt an den Versanddienstleister. Alle vom Versanddienstleister benötigten Daten werden von JTL-WAVI bereitgestellt. Und der Versanddienstleister stellt uns Versandetiketten und Tracking-IDs direkt beim Verpacken zur Verfügung. Hier sparen wir uns das Sortieren der Dokumente und Etiketten und schalten so direkt noch potenzielle Fehlerquellen aus. Haben wir Sie neugierig gemacht? Zu allen im Video vorgestellten Arbeitserleichterungen wie Shipping oder den Workflows finden Sie detaillierte Anleitungen in unserem Guide und in anderen Videos auf unserem YouTube-Kanal. Ich freue mich darauf, Sie in unserem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Ich freue mich darauf, Sie in unserem Video begrüßen zu dürfen.